Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Part von mir wir machen immer weiter wohl aufgehört haben müssen ein zu ein Typen ermorden ich habe aber leider keinen Fall wie Schauen wir mal den Alleinreißen die Die Drohung ist Königsbreite zu kontaminieren, also hier dient einer rum glaube ich, oder ewa, da gibt es tausende Hinweise. Da gibt es noch paar, ich muss mir alles angucken, ich will nur wissen was Dada ist, Dada ist, wow. Ja ok, ich bin ganz auf die Punkte, was ich schon gemacht, ja ich hab' gefunden. Schauen wir mal kurz die andere Hinweise. Aber guck mal schon da. Da. Ja. Ja. Ok. Warte, nah genug? Ja, ich meine Freunde, die Punkte. Hier gibt es einen Hinweise. Ich will verstehen was das hier ist. Achso ok, jetzt gibt es die Hinweise. Ich kann es leider nicht lesen. Ich kann es leider nicht lesen. Achso, er ist dort. Also kann ich ungefähr den ja ausknocken, verstecken. Und in ihm umbringen. Aber mal gucken was es noch gibt. Dann. Hier zum Beispiel. Auch was zu essen. Alter, scheiß Bulle. Da oben ist was. Nein. Kennst mich nicht. Ich hoffe euch hat die zweite Folge gefallen. Für die erste Mission. Ja. Scheiße. Das ist ja alles durcheinander. Ich will dass es durchgeht. Endlich. Ich weiß nicht wo, wie man bei gleichzeitig da hier rum. Das heißt, wir können ihn nur wegsnacken. Äh. Und die leidet kurz apart. Äh. Ich will mich verarschen, oder? Wird bisschen länger dann. Aber ist ja nicht so schlimm, Leute. Deswegen wissen wir was wir machen müssen. Zum. Äh. Zumindest ich. Wissen wo wir die Kleidung holen. Hoffentlich gefällt es euch. Was ich hier machen. Ich weiß. Hät man jetzt schon ein bisschen ält. Alt. Älter. Nein älter. Nicht älter. Äh. Gibt ja noch nicht so viele Sachen hin. Also ich muss aufpassen. Ich muss nur den. Äh. Älter. Wir wissen sofort jetzt dafür, wie wir da einen weglocken wollen. Und. Und. Wir können gleichzeitig jetzt auch links. Wieder hin. Snap Schneider nehmen. Und das war's. Jetzt. Wir können ihn. Und. Hauen ab. In der Axt. Jetzt leben. Medic. 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 Z Camera Managers. Ah. Das krieg ich hin. Was will da.. da... hier. Das krieg ich hin. Nur noch. In der Axt. ect Vogelang appelle совсем bei Johnson. Oder schaue Mike hin. Mehr Minolst. Tja. Fuck, 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 fuck it. Ist das nix? Kumpel. Tja, mich für das ist, so da. Da ist der Schwein. Vielleicht geht er auch mal hoch, mal weiß. Er pisst, glaub ich, da. Ja, wir können die Drogen nicht nehmen. Da ist er. Wo muss ich hier raus? Da hinten? Also kann ich hier mal raus? Ja, da habe ich da hinten. Da habe ich mich verlaufen. Da war ich hier nicht schnell nicht hier. Ja. Sicher ist nicht sicher. Oh, muss ich hier zu suchen, Leute? Oh, 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 oh. Ich muss hier durch. Komm. Nein, Hilfe, Hilfe, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Wie schrecklich. Wie kann das noch passieren? So, wir haben was geschafft. Eine kleine Spende für den alten... Ach, hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch! Ach, hey, da ist doch... Ach, hey, da ist doch gar nicht. Ach, hey, da ist doch gar nicht. O-oh. Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon nehme ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte, 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 warte. Die Agency? Die soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja. Ja, ein bisschen. Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Ähm, naja. Ähm, äh... Das da ist, das Scheiße. Das da. Das habe ich nur noch. Da, da. Ach so, Scheiße, ich erinnere mich. Meine, meine, meine Pistolen. Die wertvollste Besitz. Hören Sie sich rum. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Du bist. Tja, das ist, das ist, das ist... Ja, das ist ein, das ist ein, das ist... Ich rufe Sie. Du bist, das ist ein, das ist... Bis zum nächsten Mal.